Hessel Heuss Donkey Boy von Dancing Hit mit Milan als Mutterseite. Donkey Boy ist jetzt 10 Jahre alt. Das ist ein überragender Typ, sehr sehr modern, eine super Oberlinie, lange Beine, schönes Gesicht und er hat eine super Einstellung. Er ist älter geworden, was man hier sehen kann. Er ist richtig zusammengewachsen mit einem super Schwing gegen den Körper. Und auch der Schulterfreiheit in Traversalen und so. Da sieht man das Hinterbein sehr aktiv. Donkey Boy hat fast alles gewonnen hier als junges Pferd. Silbermedaille in der Weltmeisterschaft. Und alle 4-, 5-, 6- und 7-jähriges Championat hier in Dänemark gewonnen. Jetzt hat er angefangen mit der großen Tour. Sein erstes Turnier mit Grand Prix, 77%. Und das muss man sagen, das ist sehr, sehr stark. Und hier sieht man auch in Pierre von Passage, dass das Pferd schön anfängt zusammenzukommen und weiß, was er soll. Und sehr, sehr gute Technik. Kraft im Hinterhand. Und ja, sehr gut. Super mit Pierre von Passage jetzt. Das Pferd hat ein großes Tritt gemacht, finde ich, der letzte halbe Jahre her. Mit all den schwierigen Lektionen. Ich finde es für ihn jetzt sehr einfach. Und der ganze Galopp-Tour ist natürlich schwierig in diesem Niveau. Aber hier sieht man auch mit Wechsel, Travasale, Pirouetten, dass alles langsam sehr stabil ist. Und für Donkey Boy hier findet er die Wechseltour sehr, sehr einfach. Und ja, sieht man auch hier einen Zweierwechsel. Springt schön durch hinten mit sehr viel Aktivität. Sehr gut. Und jetzt auch hier die Einerwechsel und guckt mal her, wie schön und fleißig er ist hinten durchspringt. Und ja, und alles ist noch ein bisschen grün, aber das Pferd hat echt viel Talent für Grand Prix Sport jetzt. Und sieht man auch hier die Pirouetten. Sehr schön zum Sitzen und so weiter. Donkey Boy hat sehr viele Erfolge gehabt als Vater mit einem Weltmeister von Downtown her in 2021. Und viele, viele Nachkommen im Turnier, junge Pferde her in den letzten paar Jahren eigentlich. So, dass sein Hengster geht viel, viel weiter. Sieht man auch hier, wie einfach für ihn sehr schön balanciert einer Wechsel und ein bisschen Show von der Mitte her. Sehr, sehr schön. Super. Schritt. Ja, da kann man nicht mehr verlangen. Kriegt oft seiner Zehn und die Nachkommen hat genauso gute Schritte wie der Vater. Guckt mal, wie schön durch der Körper geht her. Und das kann man für seinen Zuckt gut benutzen. Sehr, sehr guter Schritt. Und sehr korrekt auch in versammelndem Schritt. Ein sehr, sehr schönes Vorstellung von Annemette her. Vielen, vielen Dank und vielen Glück in Zukunft mit der schönen Zeit.